Hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Tierranking hier auf diesem Kanal. Heute geht es um Keanu Reeves. Das ist ein Darsteller, der mir unfassbar am Herzen liegt und der eine doch recht vielseitige Filmografie zu bieten hat. Und wir schauen uns heute mal an, wie ich die Dinger bewerte. Wie üblich habe ich meine pseudokomischen Titel für die Kategorien gewählt. Für die Besten, das Größte, was es gibt, Street Movie Kings. Witze sind besonders gut, wenn man sie erklären muss. Es gibt ja Street Kings und das sind dann halt die Street Movie Kings. Dann The Gifts. Er hat halt einen Film gemacht namens The Gift und ja, The Gifts Geschenke. Okay, dann im Mittelfeld The Watcher. Filme, die man anschaut, benannt nach seinem Film Watcher. Dann gibt es I Love You To Death, in dem er mitspielt und ich habe es umbenannt in I Love You To Sleep, also Filme, die einen eher zum Schlafen bringen. Und Point Break, ja, einer seiner besten, aber aus Break mache ich Brecht, denn es gibt Filme, bei denen man brechen müsste. Und ja, das sind dann diese hier und dann nicht gesehen. Nein, und fangen wir gleich an, sind hier einige und es geht direkt los mit Speed und auch da diskutiere ich gar nicht, was heißt auch da. Also Speed ist ein Film, der mich mein Leben lang begleitet hat, ein Meilenstein des Actionkinos, ein Referenzwerk für Sandra Bullock und für Tausend andere und Keanu Reeves spielt hier zwar eigentlich eine stoiche Heldenfigur, aber trotzdem so sympathisch und so gut und der Film über alles erhaben und einer der besten Filme für mich, wahrscheinlich sogar in den Top Ten meiner Lieblingsfilme. My Own Private Idaho und hier möchte ich respektvoll sein, ich habe den Film gesehen. Und zwar ist das bestimmt 30 Jahre her, einmal im Fernsehen, die Romanze zwischen ihm und River Phoenix und der Film hatte eben durch den Tod von River Phoenix dann auch nochmal so ein bisschen eine tragische Komponente. Das Dumme ist, ich habe nicht einen Funken Erinnerung dran und war auch, glaube ich, zu jung, um den adäquat gucken zu können und deswegen schiebe ich ihn, obwohl ich ihn so gesehen gesehen habe, bei Nicht gesehen hin. Bill & Ted's verrückte Reise durch die Zeit und ja, das ist auch ein Film, den ich mehr emotional im Herzen trage, als dass ich ihn sachlich gut bewerten kann. Er hatte schon irgendwie einen kleinen Kultstatus etc. und deswegen wanderte für mich zumindest unter das Zweitbeste, unter The Gifts. Und dann Point Break, keine Frage, auch hier das Zusammenspiel mit Patrick Swayze, der gesamte Film. Es gibt so eine Szene, wo er am Anfang eine Kneipe oder so ein Imbiss betritt und ein graues T-Shirt trägt und ich habe danach jahrelang immer graue T-Shirts getragen, weil ich hoffte, sie würden mir so gut stehen wie ihm. Und ja, Point Break ist für mich schon legendär, weil seltener der Film ein so mieses Remake bekommen. So, als nächstes, das müsste Little Buddha sein, den habe ich in der Tat nie gesehen, da kenne ich nur den Trailer, aber nichts weiteres. Und das, was da drunter kommt, kann ich nicht erkennen, muss ich leider jetzt so sagen und deswegen bleibt das leider auch bei Nicht gesehen, gehe ich jetzt mal von aus. Und das gilt jetzt leider auch auf das Nächste hier, also ich kann leider dieses Ding nicht erkennen. Ich weiß nicht, was das ist, es tut mir leid, deswegen geht auch das zu Nicht gesehen. Dafür kann ich das Nächste zuordnen, The Devil's Advocate, den habe ich 1996 in der Sneak Preview gehabt, auch danach immer mal wieder gesehen und der tanzt für mich sogar jetzt gerade zwischen zwei Kategorien und ich schiebe ihn in die entsprechende, also Keanu Reeves spielt einen jungen Anwalt, der nach New York kommt und sich da mit dem Teufel einlässt und das ist eben Al Pacino. Und der Film kratzt ganz hart an den Movie Kings, aber ich lasse ihn jetzt nochmal in die zweite Kategorie fallen, aber trotzdem ein großartiger Film. Dann John Wick 3 und da mache ich jetzt was Blasphemisches, der kommt für mich nur unter Watcher, weil innerhalb der John Wick Filme war das für mich der, ja nicht schlechteste, es gibt keinen schlechten John Wick Film, zumindest bislang, aber er hat mich irgendwie komplett nicht gepackt, beziehungsweise ich fand ihn hier zu repetitiv, es ist einfach fette Actionpassage, dann wieder was nächstes, hätte Actionpassage und die ganze Sequenz mit Halle Berry, habe ich komplett nicht gebraucht, also den hätte ich dann, also ich lasse nichts auf John Wick kommen, aber von den vier bisherigen Teilen ist das mein Schwächster. Und wo wir gerade bei schwach sind, würde ich mal sagen, haben wir den ersten Kandidaten für I Love You To Sleep, das ist The Day The Earth Stood Still. Ich hatte einen Freund, der ging da rein, ich sollte mitkommen, bin dann an dem Abend aufgehalten worden, habe den Film dann später zu Hause gesehen und bin froh, dass ich an dem Abend nicht noch nachgekommen bin, weil die Welt geht unter, Keanu Reeves spielt irgendwie einen Außerirdischen, der diesen Weltuntergang nochmal mitbeäugt und dann wird er überzeugt, dass es doch nicht passiert ist, das ist ein Remake eines alten Films und nee, also ganz klar, nee, hat mir gar nichts gegeben. Das nächste ist Exposed, das kenne ich noch, das Cover, das kenne ich noch als Cover, aber geschaut habe ich es nie, also der muss nach hier. Dann, ja, der zweite Bill & Ted, der ist jetzt auch schwer, weil da hänge ich mit dem Herzen dran, aber ich weiß, er ist eigentlich sehr billig produziert und auch nicht mehr zeitgemäß. Mein Herz hängt zwar an ihm, aber ich bin ehrlich, er gehört unter Watcher. Ja, da gehört aber nicht John Wick 2 rein, der für mich zumindest bis hierhin gehört, nicht ganz in die Königsklasse, aber ich mochte den ungemein und, ja, ich glaube, John Wick ist so ein Thema, das ist entsprechend präsent. Dann, Hearts Crime, glaube ich, wenn ich das richtig lese, ist leider ein Titel, zu dem ich nichts sagen kann, den kenne ich nicht und ich bin gerade sehr überrascht, ich dachte, ich hätte mehr von ihm gesehen. Aber gut, den nächsten habe ich gesehen, Hardball, an den habe ich aber keine reale Erinnerung außer einer Szene. Keanu Ruiz spielt einen Spielsüchtigen, der so eine Resozialisierung macht und da ein Team junger Kinder als Baseballtrainer begleiten muss. Es gibt so eine Szene, wo er auf der Straße steht, Radio-Wetten hört und dann mit den entscheidenden Punkten jetzt aus der Misere, in der er steckt, herauskommt und die Szene, wie er dann von einem Kumpel hochgehoben wird, die ist toll. Und ansonsten hat der Film ein, zwei emotionale Momente, aber im Grunde ist es eine ernsthaftere Mighty Ducks-Variante. Der war okay, aber hat auch keinen großen Nachhang und dann kann der hier hin. Das nächste ist 47 Ronin und ich finde die Schlussszene so unglaublich heftig. Wer den Film kennt, weiß, was ich meine. Und der restliche Film ist einfach etwas, was ich nicht gucken sollte, beziehungsweise da bin ich gar nicht prädestiniert, das zu verstehen. Insofern geht der für mich unter I love you to sleep. Ich kann den nicht respektieren. Als nächstes, Sweet November. Ja, was ist das? Er, war das dieser Alkoholiker-Film? Oder er spielt einen, nee, das war kein Alkoholiker. Jedenfalls, er spielt einen sehr fertigen Mann, der eine junge Frau kennenlernt, das ist Charlize Theron, die ihm aber erklärt, ich bin nur kurz bei dir und dann gehe ich wieder. Und dann beginnen die eine feurige Affäre und dann endet sie wieder. Das ist also ein extra zuckriger und nachher dann extra dramatischer Film in Schmachtfelsen. Und als solcher okay, aber auch nicht mehr. Nächster Titel, den kenne ich vom Namen her. Das ist The Night Before, den habe ich aber ehrlich gesagt nie gesehen und deswegen muss der auch hier unten nennen. Und beim nächsten bin ich auch wieder verzweifelt, weil das ist hier so klein. Ich kann es schlichtweg nicht lesen. Sorry, ich bin echt enttäuscht von mir. Den nächsten kann ich lesen und hier habe ich jetzt wieder das Respekt-Problem. Das ist Keanu Reeves Regie-Debüt oder zumindest er hat Regie geführt. Das ist Man of Tai Chi. Das ist so ein Martial-Arts-Film, da hat er ja Rieseninteresse dran. Und ich freue mich, dass er da etwas macht in dieser Hinsicht, aber ich konnte mit dem Resultat rein gar nichts anfangen. Der hat mich so kalt gelassen und er kratzt für mich jetzt hart an Pointbrech. Aber weil ich eben Keanu Reeves auch als Regisseur dann doch respektieren möchte, kommt er noch zu I Love You To Sleep. Das nächste ist dann eine Wahnsinns-Familie mit Steve Martin. Da habe ich mal im Fernsehen ein paar Minuten von gesehen, aber ich könnte nicht behaupten, diesen Film adäquat gesehen zu haben und deswegen kommt er nach hier hin. Und hier ist schon wieder ein Titel. Ich weiß nicht warum, mir sagt das Cover nichts. Ich kann die nicht zuordnen und deswegen muss ich es hier nachher verpacken. Aber dann kommt John Wick. Der ist für mich ja mit einer historischen, historisch nicht, zu hart gesagt, aber mit einer schönen Anekdote verbunden. Die Umstände, unter denen ich ihn gesehen habe. Und ich habe ihn nur einmal gesehen. Ich möchte ihn nicht wiedersehen aus Angst, dass der perfekte Eindruck, den ich von diesem Film habe, mir nochmal verloren geht. Und deswegen, John Wick darf da oben zu den Street Movie Kings und weil, wie gesagt, ich schaue ihn wahrscheinlich nicht nochmal, denn sonst fallen mir Fehler an ihm auf. Und dieses Bild möchte ich nicht. Dann haben wir Chain Reaction. Das Geile ist, es ist ein 1 zu 1 Remake von Auf der Flucht. Also ist der geile selbe Regisseur. Und Neil Flynn aus Scrubs tritt bei Auf der Flucht in derselben Szene auf wie hier. Im Grunde Rachel Rice und Keanu Reeves werden verdächtig, da was Böses gemacht zu haben, werden gejagt. Der ist im Grunde sehr oberflächlich. Aber, und vor allem, es gibt ja ganz am Anfang diese riesen Explosion, wo Keanu Reeves auf dem Motorrad davor flieht. Und das ist so eine Greenscreen-Nummer. Also scheußlich, aber witzig scheußlich. Ich empfehle ihn. Man sollte ihn mal gucken, aber richtig gut ist er nicht. So, dann Euphoria, Susporea. Ich kenne dieses Cover. Das sind so diese ganzen Filme, die eher so Direct-to-DVD gemacht haben oder die nie groß rausgekommen sind. Und leider kann ich in diesem Fall auch nichts damit anfangen. Und ich habe den Film nie gesehen. So, und auch hier, mein Gott, ich habe mir hier echt was Schlechtes ausgesucht. Hier sind alle Titel so verschwindend klein. Und leider den nächsten. Ich meine, das Cover schon mal gesehen zu haben, aber muss ihn auch leider hier unten einsortieren. Dann das nächste. Das kenne ich aber. Das ist Lake House. Das war nach Speed die Wiedervereinigung von ihm und Sandra Bullock. Er spielt einen Mann, der Briefe schreibt mit einer Frau. Das dumm ist, die sind zwei Jahre auseinander. Also er ist zwei Jahre in der Vergangenheit. Und sie schreibt, das, was er in der Vergangenheit schreibt, erreicht sie in der Zukunft von umgekehrt. Und ist auch ein Schmachtfetzen, aber ein Süßer. Und die haben eine nette Chemie. Das ist kein richtig, richtig guter Film. Aber irgendwie hat er Herz. Und dann kommt er nach hier. Und beim nächsten habe ich den Titel vergessen. Ich kenne aber das Cover und ich erkenne Peter Falk. Und ich weiß, dass ich ihn nie gesehen habe. Das ist ein Film, der immer und ewig auf ProSieben seit eins früher runtergelaufen ist. Irgendwie so eine Mafia-Komödie, wo er die Tochter eines Mafioso heiraten will oder so. Ich weiß es nicht genau, aber kann ich leider nichts weiter dazu sagen. Dann Toy Story 4. Ja, habe ich ihn gesehen? Naja, Toy Story 4 habe ich im Kino gesehen. Aber da ich ihn in Deutsch gesehen habe und Keanu Reeves eine Figur spricht, kann ich ihn so gesehen hier nicht gesehen haben. Toy Story 4 an sich finde ich von der Marke Toy Story so auch okay. Und deswegen packe ich den bei Watcher hin, aber auch nicht mehr. Und ich verzweifle, weil ich auch das nächste verdammte Cover nicht zuordnen kann. Wirklich nicht. Ich könnte kotzen. Das kommt dann auch nach hier. Und das nächste, das kenne ich. Dieses Cover kenne ich. Aber ich weiß nicht, wie der Film heißt und kann es nicht lesen. Es tut mir wahnsinnig leid. Hey, das nächste kenne ich aber. Ups. Das nächste kenne ich aber. Und das ist dem Himmel so nah. Das war ja so, dass er mit Sandra Bullock Speed gemacht hat. Und danach machte Sandra Bullock, während du schläfst, und Keanu Reeves machte diesen hier. Also beide machten danach eine Schmanzette. Er spielt einen Soldaten, der aus dem Zweiten Weltkrieg kommt. Dann trifft er eine Frau, die sagt, ich bin schwanger, ich wurde von meinem Mann verlassen, ich kann nicht mehr zu meiner Familie. Und Keanu Reeves sagt dann, pass mal auf, wir machen das so. Du gehst zu deiner Familie, stellst mich als den Mann vor. Dann bleibe ich den Abend. In der Nacht haue ich ab. Und dann werden alle mich hassen, weil du ja nichts dafür kannst. Und du bist fein raus. Das dumm ist nur, dass die Familie so herzallerliebst ist und ihn da in dem Weingut, wo das Spiel da behalten möchte. Und dann wird das alles ein wenig komplizierter. Und das ist das Szenen, wo Keanu Reeves mit der Frau in einer großen Tonne rumplanscht und Weintrauben presst. Auch das ein Schmachtfetzen aus heutiger Sicht der junge Keanu Reeves. Ich finde sowieso bei ihm, so wie er jetzt als älterer Mann erscheint und als Junge, das sind ganz unterschiedliche Gestalten. Also, wer Keanu Reeves mag, kann den mal versuchen. Aber so überrangig gut war er nicht. Und das werde ich jetzt auch da, aber ziehe ich mir jetzt den Hass auf mich. Ich fand Keanu Reeves bei Bram Stokers Dracula kreidebleich. Irgendwie, der Film hat viele Probleme für mich. Und eins davon ist, dass Keanu Reeves mich kein Stück irgendwie anspricht, erreicht oder so. Und deswegen kommt er für mich in der Tat hierhin auf, wenn ich natürlich den optischen Aufwand zu schätzen weiß. Und ich weiß den nächsten Film zu schätzen. Das ist Konstantin. Der gehört für mich eigentlich unter The Gifts. Aber dieser zynische Art, dieser Humor, der da mit im Subtext drin ist. Allein Keanu Reeves, der zum Himmel fährt und dabei dem Teufel den Mittelfinger zeigt. Das sind einfach Sachen, Situationen, Momente, die erheben ihn für mich nach ganz da oben. Obwohl ich weiß, eigentlich gehört er da oben nicht hin. Ganz sicher da oben hin gehört der nächste ganz sicher nicht da oben hin. Das ist nämlich Matrix 4. Wobei ich mit dem Film kein so großes Problem habe wie viele andere. Aber trotzdem hat er natürlich nichts mit dem wegweisenden Werk, das Matrix 1 mal war, zu tun. Und er kommt für mich hier ins Mittelfeld bei Watcher. Und der nächste kann ich wieder nicht zuordnen. Es ist nicht Keanu Reeves auf dem Cover. Es gibt halt viele Filme, wo er auch nur kleinere Nebenrollen hatte. Aber, ja, keine Ahnung, muss ich leider auch hier unten wieder platzieren. Den nächsten nicht. Den habe ich damals, 95, 96, etliche Male gesehen. Das ist Johnny Mimonic. Keanu Reeves spielt einen Datenkurier in einer utopischen Zukunft. Und er hat eine Festplatte im Kopf, auf der er Daten transportiert. Das Dumme ist, die sind brisant und er wird von allen Seiten gejagt. Der Film ist sehr brutal. Und ich glaube, der kam zu früh. Also 95, 96 war Internet und das Sonstige noch nicht so präsent. Und ich glaube, aus heutiger Sicht ist der seiner Zeit ein bisschen voraus gewesen. Von der Machart her war er recht überschaubar. Und Keanu Reeves spielt auch keinen sympathischen Helden. Also, sehr spezieller Film. Aber ich sehe ihn im Mittelfeld und deswegen darf er noch hier zum Watcher. Das nächste, das ist Matrix 3, den ich damals im Kino absolut nicht leiden konnte. Und deswegen begehe ich jetzt den Frevel, auch wenn ich ihn respektiere, ihn hier zu I Love You To Sleep zu schieben. Und dann kommt natürlich der erste Matrix. Da brauchen wir nicht viel Zeit. Der gehört nach da oben. Und da kommt Matrix 2, dem ich doch einiges abgewinnen kann, wegen der doch coolen Action-Szene. Und deswegen kann der nach hier. So, das nächste ist Destination Wedding. Den habe ich in der Sneak-Review gesehen. Da haben wir Keanu Reeves, der zu einer Hochzeit fährt, da auf Winona Ryder trifft. Die wollen beide im Grunde nicht da sein, kennen sich nicht und führen ein ewig langes Gespräch. Einen Dauerdialog, der schlicht und ergreifend nie endet. Auch eine Romanze, Redefilm, der vom Charme der Leute lebt und funktioniert. Und irgendwie, ich mochte den. Also der ist vollkommen in Ordnung und deswegen kann der hier zum Watcher. Dasselbe würde ich sagen über den Namen, dessen deutschen Titel ich verpasst habe. Also wir haben Jack Nicholson, der sich mit Diane Keaton einlässt. Und sie ist in der Zeit auch dabei, mit einem jüngeren Mann zu flirten. Das ist Keanu Reeves. Ich habe vergessen, wie er im Deutschen heißt. Something's Gotta Give. Ich habe den deutschen Titel vergessen, aber ich mochte ihn. Und ich habe den einmal gesehen, aber nichts für die Ewigkeit. Und deswegen kann der nach hier. Und hier haben wir einen Film mit einem Smiley-Gesicht, dem ich nichts zuordnen kann. Deswegen kann der hier direkt zum Nächsten. Scanner Darkly ist auch wieder so ein Fein. Der ist mit diesem Rotoskop-Verfahren gedreht. Das heißt, der ist schon in echt gedreht, aber dann so mit Farben überlegt, dass es aussieht wie ein Zeichentrickfilm. Und es ist eine sehr knifflige Science-Fiction-Familie, äh, Science-Fiction-Geschichte. Und deswegen, ich habe ihn mal gesehen. Aber ich würde mir nicht trauen, irgendein Urteil dazu zu machen, weil ich auch von der Thematik wahrscheinlich überfordert bin. Und deswegen kann der nach hier unten. Street Kings, den habe ich damals einmal im Kino gesehen. Ein krasser, harter Cops-Thriller. Er aber, ähm, ja, ich habe ihn einmal gesehen und an dem anderen guten Abend. Danach habe ich nie wieder daran gedacht. Aber ich glaube, dass der schon so hochwertig war, dass der hier oben reinkommt. Ich weiß noch, Chris Evans hat eine tragende Nebenrolle. Beim nächsten Film bin ich mir nicht ganz sicher. Das Cover kenne ich so nicht, aber ich meine, das müsste John Wick 4 sein. Und wenn das ist, ich riskiere es einfach mal. Gehört er da oben hin. Also das, was sie da im vierten Teil mit der John Wick Saga gemacht haben, in aller Hinsicht, bleibt unerreicht. Und das nächste ist der Bill & Ted 3-Film. Tolle Bezeichnung. Und auch der hat qualitativ gar nicht so viel zu tun oder zu sagen, aber der hat mir doch so viel gegeben. Der hat mich sehr glücklich gemacht. Das war auch die Zeit, wo wegen Corona Kinos geschlossen waren. Deswegen kam der gar nicht richtig raus. Aber als ich ihn dann gesehen habe, hat der mich sehr glücklich gemacht. Kann ich nicht anders sagen. Und deswegen mit Herz und Sympathie wandert er nach hier. Das nächste ist Viel Lärm um nichts. Da spielt Reeves eine Nebenrolle als Widerling. Habe ich zweimal gesehen. Fand ihn damals nicht so gut, wie ich es gehofft habe. Wahrscheinlich würde ich ihn heute ein bisschen anders titulieren, aber der kommt zu I Love You To Sleep. Nächster, das ist der Spongebob-Film, in dem Keanu Reeves da als Heuballen auftritt. Den Film fand ich nur durchschnittlich, aber Keanu Reeves macht in seinem Part so richtig viel Spaß. Deswegen kriegt er noch den Punkt bei Watcher. Aber es ist eigentlich kein Keanu Reeves-Film, aber sein Part daran ist überragend. Thumbfucker, den habe ich gesehen. Aber auch hier habe ich nicht die geringste Erinnerung daran. Und deswegen kann der eigentlich nur da unten hin, weil es fairer ist. Als nächstes, das ist I Love You To Death, Ich liebe dich zu Tode. Wo es eigentlich darum geht, Kevin Kline spielt einen Mann, der seine Frau permanent betrügt. Und die veranstaltet zahlreiche Mordanschläge auf ihn, die er durch Zufall alle überlebt. Und Reeves ist unter anderem ein Auftragsmörder, der beauftragt wird und ihm in den Kopf schießt und die Kugel trifft nicht richtig. Reeves' Anteil am Film ist überschaubar. Nichtsdestotrotz, der Film an sich war gut. Zumindest, soweit ich mich erinnere und ihn gesehen habe. Und deswegen kommt er mindestens zu Watcher. Als nächstes ist er wieder ein Titel, den ich nicht im Geringsten zuordnen kann. Und in der nächsten, den habe ich, meine ich, mal gesehen, aber ich habe nicht die geringste Erinnerung. Das ist Feeling Minnesota. Ich meine, das ist ein schönes Cover, wo du ihn mit Cameron Diaz so kuschelnd drauf siehst. Aber ich habe ihn nicht so präsent, dass ich ein Urteil dazu abgeben könnte. Dann The Watcher. Und hier muss ich leider sagen, für den habe ich eine kleine Schwäche. Die Sache ist die, ist ja die berühmte Geschichte, Ken Reeves. Also anders. James Bader spielt einen Polizisten, der einen Serienmörder jagt. Und es war wohl ursprünglich geplant, dass der Serienmörder in den letzten zwei Minuten erst mit Gesicht gezeigt wird. Und da hätte Ken Reeves dann ein kleines Cameo gegeben. Den haben sie dann irgendwie mit der Unterschrift reingelegt. Und infolgedessen musste er dann den Film komplett machen. Und seine Rolle wurde dann riesig groß ausgebaut. Das heißt, er hasst diesen Film, hat für den niemals irgendwie Werbung gemacht. Aber ich meine, vor allem Ken Reeves ist Ken Reeves. Und den Charmanten auf einmal als fiesen Psychokiller zu sehen, das ist schon speziell. Aber insbesondere, ich mochte den Film immer. Ich habe den damals im Kino gesehen, an einem schönen Abend. Und habe den danach auch immer mal wieder geguckt. Und schon alleine, weil ich wegen dem Film das Lied Regular von Rob Zombie so gut finde. Und deswegen, der gehört absolut nicht hierhin. Aber für mich, da war er ganz nach da oben. Und jetzt, auch beim nächsten Film, bin ich sehr speziell, wenn ich sage, das ist Replacements. Die Helden aus der zweiten Reihe, die kommen für mich nach da ganz oben. Also ich habe so ein Herz für den Film. Die letzten vier Minuten, so der finale Football-Angriff, der dort passiert, den gucke ich mir regelmäßig auf YouTube an und habe Tränen in den Augen. Also es geht um einen Streik in der Football League. Ken Reeves spielt einen Ex-Spieler, der mit ein paar anderen Hobby-Spielern mehr oder weniger zusammengerufen wird. Die müssen das Ersatzteam bilden. Da eben die Replacements. Und ja, spezieller Film. Und ich liebe ihn abgöttisch. Das nächste ist Replicas. Den habe ich nie gesehen. Ich kenne das Cover und weiß, wie er heißt. Das erkenne ich mal. Aber kann ich halt nichts zu beisteuern. The Gift habe ich einmal gesehen. Und ich weiß noch, er war gut. Das ist so ein Horrorfilm. Cate Blanchett spielt eine Frau, die mysteriöse Erscheinungen hat. Da passiert ein Mord. Sie hat da irgendwelche übersichtliche Dinge. Und Ken Reeves spielt, meine ich, einen gewalttätigen Ehemann einer Person. Wie gesagt, der Film war damals mehr auf Cate Blanchett ausgerichtet. Und deswegen, ich würde ihn mal bei Watcher unterpacken. Wenn ich ihn nochmal sehen würde, vielleicht ging der sogar ein bisschen höher. So, beim nächsten bin ich jetzt wieder am Kämpfen. Was heißt dieses Cover? Aber ich kann das Cover nicht zuordnen. Ich kann den Film nicht zuordnen. Und deswegen muss das nach hier. Und beim nächsten kann ich wenigstens sagen, das ist Leak of Super Pets. Den habe ich nicht gesehen. Ich nehme an, wenn er hier aufgeführt ist, hat Reeves eine Synchro-Rolle drin gehabt. Aber wahrscheinlich, ja, also ich habe ihn nicht gesehen. Deswegen kann der nach hier. Dann haben wir noch Piper's Edge. Pry's Edge. Nie gehört. Kann ich nicht zuordnen. Und machen wir zum großen Finale den Film, wo ich nur zu einem Schluss komme. Ken Reeves ist ein beschissener Schauspieler, nämlich Knock Knock. Reeves ist ein Vater, der alleine zu Hause ist. Zwei junge Frauen klingeln bei ihm, bitten um einen das, um ein Taxi zu rufen. Dann werfen sie sich jemanden in den Hals und dann verwüsten sie ihm das Haus. Und der nette Familienvater, der er ist, wird zum Tier. Also die Schlussszene, wo sie ihn im Garten einbuddeln und er da vor sich hinschreibt, ist das schlechteste Stück Schauspiel, das ich je von ihm gesehen habe. Die Schlussszene ist eine absolute Warnung davor, was Handys anrichten können, wenn er quasi einen Familienchat seiner Kinder hat oder irgendwie so von der Schule und da einfach obszönes Video von ihm reingepostet wird und er direkt enthüllt wird. Also für diese Botschaft mochte ich den Film. Ansonsten war er sehr belastend, sehr anstrengend. Er kann maximal nach hier. Und das ist die Liste. Es tut mir jetzt wahnsinnig leid, was da alles da unten gelandet ist. Ihr könnt bestimmt einige Titel benennen, die da unten aufgeführt sind. Und ansonsten, das sind meine Gedanken zu Ken Reeves. Ich freue mich, dass nichts bei Point Brech gelandet ist. Die Filme, die mir so im Herzen liegen, sind da oben und ansonsten stabiles Mittelmaß. Und letzten Endes gilt für Ken Reeves eine Aussage, die ich mal gehört habe, aber ich unterschreibe sie. Es gibt ja endlos viele Videos, wo er auf YouTube gefeiert wird. Und da schrieb mal einer, wann immer ich lese, Ken Reeves hat wieder etwas Nettes gemacht. Freue ich mich. Und so ähnlich bin ich das auch, weil anscheinend scheint der Kerl ja im Warnleben somit die netteste Gestalt zu sein, die man so treffen kann. Das war mein Überblick über Ken Reeves. Sorry für die Husterei und für meine Niederge... für alles andere. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß daran. Lasst mich eure Gedanken zu dem ganzen Wissen in den Kommentaren unter diesem Video. Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao.